Hallöchen, also ich stehe jetzt im Kinderzimmer meiner Großen, die haben zusammen ein, die Schulkinder haben zusammen ein Zimmer und viele Fragen kommen immer wieder auch von den Freunden, weil ich ja jetzt sehr süchte Mutter bin, wie legst du denn die Sachen für deine Kinder zusammen? Und da habe ich mir einfach vor Jahren schon was total Simples eingefallen lassen und zwar gibt es hier diese Boxen, da diese Boxen von den diversen Möbelhäusern und da habe ich einfach kategorietechnisch alles geordnet. Im ganzen Schrank finden sich die Klamotten von den Großen komplett, bis auf die Hängesachen. Jeder weiß genau, wo was zu finden ist. Hier sind zum Beispiel die kurzärmlichen T-Shirts, hier sind die Socken, hier sind die Schlupfis, hier sind die Schlafanzüge und hier sind die langärmlichen Oberteile und die ganzen Sportsachen. Klar, dass die auch viel einnehmen. Und was habe ich einfach gemacht? Ich rolle einfach die Sachen zusammen. Bügeln ist nicht. Bügeln ist nur bei den schönen Sachen, die zum Familienfest mit dem weißen Bläschen oder dem schicken Gleitchen. Gebügelt wird nicht. Genau. Und da nehmen sie sich raus und wir können blind zugreifen, wo was ist. Aber wo sind die Hosen der Großen? Ganz einfach. Unterm Stockbett. Der Große weiß, seine Hosen sind hier, die Langen. Ihre Hosen sind hier. So, da können sie einfach reingreifen und sich die Hosen rausnehmen. Tata-tata. Oh, 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 oh.